In der Geldanlage sind Kapitalerträge, sprich Dividenden und Zinserträge, matchentscheidend. Langfristig leisten Sie den Hauptteil der Performance. Gute Dividenden sorgen für regelmässige Einkünfte und damit für Stabilität im Portefächer. Leider müssen Sie als Privatperson in der Schweiz die Dividenden mit Ihrem Einkommen versteuern. Dies können Sie einfach umgehen, indem Sie eine Anlage mit einer Lebensversicherung kombinieren. So ist es mit der richtigen Konstruktion möglich, die Zinserträge und die Dividenden steuerfrei zu erhalten. Damit lässt sich einiges einsparen. Swiss Life hat für eine derartige Strategie Swiss Life Premium Comfort entwickelt. Das Produkt verbindet langfristiges Kapitalwachstum mit attraktiven Steuer- und Versicherungsvorteilen. Weitere Zinsert Planning So ist es mit der Durchsichtigung. Vielen Dank.